Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschung Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschung Show bei KörlTV. Jetzt ist wieder Zeit für die 5 Euro Überraschung Show. Jetzt gibt es Schnäppchen für Sie und alles für fantastische 5 Euro, liebe Zuschauer. Ja, da freuen wir uns immer. Die beste Zeit am Tag ist immer 17 und 19 Uhr, weil da gibt es immer die neuen Ausgaben der 5 Euro Überraschung Show. Können Sie schon mal rot im Kalender anstreichen. Tolle Produkte, alle runterreduziert radikal auf 5 Euro. Sie dürfen jedes Produkt auch bis zu 5 Mal bestellen. Wenn man Glück hat, ist sogar noch so ein Preisalarm in der 5 Euro Show dabei, dann wird es noch günstiger. Aber dann müssen wir dann ganz schnell in die Leitung gehen, denn wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent, nur solange der Vorrat reicht. Reif ist bei mir. Auch heute bin ich mir sicher, dass wir fantastische Produkte hier drin haben werden. Für jeden was dabei, was das ist, würde ich Ihnen gerne verraten. Aber weder Kathi noch ich, wir wissen das. Wir lassen uns genauso überraschen wie Sie. Aber jetzt spannen wir Sie nicht mehr länger auf die Folter. Ich würde sagen, drück mal den Buzzer genau. Und dann ist Diana auch schon bei uns und bringt unser erstes Produkt. Dankeschön, Diana. Und wir schauen mal rein, was wir denn heute haben. Wir haben ein 4-in-1-Touchscreen-Stift. Das ist ein ganz schweres Wort. Sprechen Sie es mal nach. Touchscreen-Stift mit Reinigungspad und Standfunktion. Und das ist also ein Multitool. Und oh, 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 oh. Wir hören gerade Preisalarm. Und jetzt nicht auf 4 oder auf 3 Euro reduziert, sondern auf 2,22 Euro. Das ist mal wieder ein richtig toller Preisalarm. Und das ist wirklich unglaublich vielfältig. Also allein die Putzfunktion mit dem Mikrofaser-Pad finde ich hervorragend, weil wir kennen alle die Fingerabdrücke auf den Smartphones und auf den Tablets. Und da fahre ich einfach drüber und mache es damit sauber. Hier, was Kathi jetzt gerade in der Hand hat, ist natürlich hier der Schutztropfen praktisch für den Kopfhörereingang. Der, wenn man es in der Hosentasche hat, immer verfusselt oder ähnliches. Wir haben als Nummer 3 den Touchscreen-Stift. Also ich kann ohne Fingerabdrücke demnächst in Zukunft hier mein Tablet oder mein Smartphone bedienen. Und Nummer 4, und das finde ich auch noch schön, wir haben auch eine Aufstellerfunktion für Tablets, aber auch für Smartphones. Und gerade wenn man mal ein Spiegelchen spielt oder irgendwas anschauen will, dann stelle ich es jetzt einfach auf. Sie sehen, das ist problemlos möglich. Und habe dann die Hände frei, um einfach auf mein Tablet oder mein Smartphone draufzuschauen. 4 in 1 und jetzt heute tue ich den Preisalarm für 2,22 Euro. Und Sie dürfen ja trotzdem bis zu 5 Mal zugreifen, liebe Zuschauer. Das ist ja fantastisch. Das ist auch ein super Geschenk. Kann ich Ihnen sagen, das will ja jeder gerne haben. Weil man das so toll an sein Smartphone dran machen kann, hat man dann immer mit dabei das Ganze. Also ein richtiger Knaller, muss sich ja auch schon ganz oft mitbringen. Es ist einfach praktisch. Ja, will jeder haben. Heutzutage auch durch diese Apps, die man auf seinem Smartphone drauf hat, da hat man zum Beispiel Instagram oder dann auch so andere Schreibprogramme. Da kann man dann auch in den Programmen sowas malen zum Beispiel. Mit diesem Stift. Genau, das kannst du aber mit dem Finger kannst du dieses Geschriebene nicht so gut nutzen. Und da ist dieser Touchscreen-Stift eine ganz tolle Sache. Aber was ja auch unterschätzt wird, ist eigentlich die vierte Funktion, der Schutz des Kopfhörereingangs. Viele schimpfen dann, sie mal mit dem Kopfhörer rein, wollen Musik hören. Das geht nicht richtig, weil sie irgendwelche Fusseln im Anschluss drin haben. Weil das passiert einfach. Das ist ein offener Anschluss. Und wenn du das in der Hosen- oder Jackentasche drin hast, dann gibt es mal Fusseln. Und jetzt machst du hier diesen Schutz rein. Und damit hast du auch diesen 4 in 1 Stift immer mit dabei. Und somit ist also immer dein Kopfhörereingang auch dienstbereit. Dienstbereit. Das darf man nicht unterschätzen. Reinigungspad, Aufstellfunktion und der Touchscreen-Stift. Sag mal ganz schnell. Sag mal ganz schnell. Touchscreen-Stift. 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 Sehr, sehr schwer zu sprechen, aber nicht schwer zu bezahlen, weil das ist unglaublich günstig. Jetzt durch den Preisalarm 2,22 Euro. Supergenial. Gleichzugreifen und auch zum Verschenken mitbestellen, weil das will jeder gern haben. Wenn das jemand bei Ihnen sieht, dann sagt er direkt, oh, hast du davon auch eins für mich? Hast du davon auch eins für mich? Deshalb greifen Sie gleich mehrmals zu. Vor allem jetzt für 2,22 Euro bei uns im Preisalarm. SD 2101569 ist da Ihre Bestellnummer. Hier sehen wir es nochmal. Also ein Top-Produkt hier bei uns. Und so vielfältig einsetzbar. Reinigungsfunktion, hier diese Standfunktion. Da sehen Sie nochmal den Touchscreen-Stift im Einsatz. Egal, ob man da was bearbeiten möchte, was suchen oder wirklich mal was zeichnen oder was schreiben möchte, geht alles perfekt damit. Und dann auch noch der Schutz Ihres kleinen Kopfhöreranschlüssen. Also fängt schon wieder richtig begeisternd an. Und wir holen Artikel nur noch 2. Was haben wir jetzt? Oh, ich werde ein bisschen größer. Das sehe ich schon. Jetzt bin ich mal gespannt, in welche. Oh, was zu trinken. Oh, das ist auch toll. Jetzt weiß ich, was es ist. Es gibt Wein, liebe Zuschauer. Schauen Sie mal. Ein toller Wein in einer schicken Holzbox. Oh, guck mal. Oben auch noch diese Kordel dran. Guck mal hier. Wenn du das einem Weinliebhaber schenkst und hier so richtig schick in dieser. Jetzt Weinliebhaber. Jetzt muss man ein bisschen auf den Namen schauen. Wir haben hier einen Chateau Flambeau. Und da wird es vielleicht auch schon klar, natürlich gibt es keinen Chateau Flambeau. Das ist kein Wein. Auch wenn da hier der Jahrgang 2012 draufsteht. Ich lüfte jetzt mal das Geheimnis. Aber das ist wirklich ein schönes Geschenk. Nicht nur für Weinkenner. Wenn wir jetzt mal hier oben hinschauen, werden wir einen Docht erkennen. Da ist ein Docht. Und jetzt einfach anzünden. Und dann habe ich eine Kerze. So, habe ich ein Feuerzeug? Nee, jetzt siehst du. Normal habe ich immer mein Feuerzeug dabei. Jetzt habe ich es natürlich wieder nicht dabei. Klasse. Aber sonst, ach ja, wir kriegen eins gebracht. Das ist wunderbar. Komm ruhig rein, Kevin. Bring unser. Jetzt sehen Sie, also hier wirklich täuschend, echt wie so eine kleine Weinflasche. Aber jetzt eben eine wunderbare, stimmungsbringende Kerze. Und Sie sehen, ich habe nicht zu viel gesagt. Deshalb der Name Chateau Flambeau. Also das ist wirklich auch ein origineller Name, finde ich jetzt. Aber im ersten Moment, wenn man das so geschenkt bekommt, man meint, es ist eine ganz, ganz normale Flasche Wein. Es ist auch vom Gewicht her nicht zu unterscheiden. Der ist so schwer wie eine Flasche Wein. Ja, und es ist auch in dieser Holzbox, dann mit diesem leichten Stroh noch drin, da so eingebettet. Man denkt, wirklich, ist es ganz, ganz echt. Ich habe das witzigerweise auch schon mal einem Weinliebhaber geschenkt. Ich habe das auch schon mal gemacht. Hat der Korkenziecher geholt? Ich habe das in so, kennst du diese Tütchen auch, wo man so Wein auch noch reinpacken kann? Da habe ich das dann so reingestellt und dann habe ich das geschenkt. Und er hat das dann so rausgenommen, hat kurz geguckt, ah, Flasche Wein, hat das wieder rein. Und ich dachte nur so, hm, Mal gucken, wann er merkt, dass das kein Wein ist. Wahrscheinlich spätestens, wenn er es versucht, in sein Weinregal, in sein Weinkeller einzuräumen. Oder wenn er es trinken möchte. Ja, oder wenn er es trinken möchte, dass das kein Wein ist, sondern dass es einfach eine tolle Kerze ist. Das ist also wirklich von keiner Seite zu unterscheiden von einer echten Weinflasche. Wir sehen hier auch sogar, hier siehst du in der Umrandung, sogar die Abzeichnung des Korkens. Aber das ist natürlich alles nur Schein und nicht Sein. Aber das ist doch gemütlich. Wenn du da jetzt mit zwei Gläsern Wein, mit echtem Wein am Tisch sitzt und dann so eine Kerze anzündest, hast du recht, natürlich. Das ist richtig gemütlich. Du hast so ein Candlelight-Dinner vorgeplant mit deinem Partner und stellst jetzt zwei Flaschen Wein auf den Tisch. Was meinst du, wie dein Partner schaut, wenn die plötzlich anfangen zu brennen, weil du sie anzündest? Also hier, natürlich, Weinkenner kommen gleich drauf, wenn sie Flambeau lesen. Es gibt kein Chateau Flambeau, wahrscheinlich aus keinem Jahrgang, also nicht nur aus 2012. Aber der Schein ist es hier. Und der ist perfekt. Und ich finde, das ist einfach mal ein Gag. Ein Mitbringsel, eben statt der Flasche Wein. Und das kostet ja auch im Prinzip jetzt das Gleiche wie eine Flasche Wein. Also so, ich sag mal, so den Rotwein, den du verschenkt, 15, manchmal auch 15 Euro. Das ist mal was ganz, ganz anderes hier. Und natürlich auch noch die dekorative Box, die Holzbox hier dabei. Also man muss es gar nicht mehr groß verpacken. Nee. So eine Tüte, so eine Weintüte. Aber kannst du auch so verschenken, weil die Kordel halt auch oben schon dran ist. Das kann man auch so direkt mitbringen. Ist super süß. Oder auch einfach mal hinstellen irgendwo bei sich selber für 5 Euro. So was Tolles. Die dürfen ja bis zu 5 Mal zugreifen. Also vielleicht auch gleich für mehrere, vielleicht für Kollegen, für Freunde. Falls Sie da jemanden im Bekanntenkreis haben, wo Sie sagen, ach ja, dem schenke ich das jetzt. Für den ist das genau das Richtige. Dann gleich mitbestellen. Sie dürfen bis zu 5 Mal bestellen. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Unsere dekorative Wachskerze in authentischer Weinflaschenform. In dieser tollen Holzkiste hier mit der kleinen Kordel oben dran auch noch. Also wirklich sehr süß gemacht. Das Ganze. NC 84 63 569 ist hier Ihre Bestellnummer. Und bei 5 Euro, das ist so goldig gemacht, so süß einfach. Hat etwas Gemütliches, finde ich auch. Absolut. Ich weiß nicht, ich möchte da auch immer, wenn ich so Weinflaschen sehe und dann solche Kerzen. Ich möchte immer direkt Pizza essen. Ich weiß auch nicht, warum. Rotwein und Pizza. Okay, gut. Jeder hat so andere Assoziationen. Aber wenn das deine ist, hervorragend. Schauen Sie mal, Normalpreis 12,90 Euro. Also das hätte ich jetzt auch schon für diesen Gag, für dieses wunderschöne Geschenk. Das müssen wir einfach sagen. Sie haben es am Anfang gesehen, hier drin verpackt. passgenau hier durch diese Passformen auch noch. Da ist 12,90 Euro schon sehr günstiger Preis. Aber wir sind ja in der 5 Euro Überraschung Show. Und da sehen wir gerade einen Kundenbeitrag aus Kufstein. Originelles Mitbringsel bei Einladungen etc. Anstelle eines in Anführungsstrichen normalen Weines. Eine gute Idee. Eigentlich bestätigt das, was wir gerade gesagt haben. Es ist einfach mal was anderes. Es ist originell. Man setzt sich auch mit so einem kleinen Mitbringsel mal ab von der Menge, die eben die Flasche Wein oder dann unter anderem auch mal die Blumen dabei hat. Jetzt kriegen wir auch noch, guck mal, jetzt hast du ja auch Tiefkühlpizza. Da hätten wir jetzt aber, die ist nicht im Preis mit den Begriffen. Danke Tim. Das ist aber sehr nett. Also, jetzt sind deine Träume alle erfüllt. Sie rufen bitte an und holen sich diese Flasche Wein. Bis zu 5 dürfen sie auch hier bestellen. Also auch gerade, wenn man mal eingeladen ist. das ist ein tolles, tolles Mitbringsel. Wir bestellen nun mal nochmal die NC 84 63 und die 569. Die können wir nachher bei uns in den Ofen holen. Ja. Oh, lecker. Da gibt es Wein und Pizza. Oh, das wird ein guter Abend. Jetzt müssen wir nur noch den Wein holen, weil das war ja gerade kein Wein. Das war kein Wein. Aber die Kerze ist schon mal da. Zum Wein und zur Pizza. Wer jetzt den Wein besorgt, müssen wir noch entscheiden. Da kommt doch jetzt auch schon mal Diana mit dem nächsten Produkt. Dankeschön. Und das sorgt für eine tolle Luft. Wir haben einen mobilen Luftentfeuchter in schicker Kugelform, der immer wieder verwendbar ist und das Ganze ohne Stromanschluss direkt einsetzbar. Jetzt muss ich schauen, wie funktioniert das. Das ist Silikalgel ist da drin. Silikagel heißt das. Und gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich. Das hören wir immer gerne. Das ist eine Außenhülle aus matter Naturkeramik. Und das ist die ideale Lösung für kleine Räume wie Bade- oder Gästezimmer oder für Schränke- oder Abstellräume. Und Stromunabhängig, also auch für Karawanen oder Boot geeignet und hat eine lange Wirkungsdauer. Und das ist also wirklich schön und vor allem immer wieder aufladbar. Also im Prinzip, dass es wieder funktioniert, einfach zehn Minuten in den Backofen oder in die Mikrowelle. Genau, weil in dieser Kugel hier ist dieses Gel drin. Also in dieser, die kann man auch rausnehmen. Warten Sie, ich zeige Ihnen das mal. Zack. So, da ist dieses Granulat drin. Genau, man hört es, glaube ich. Da, ne? Dieses tolle Konzentrat. Und das nimmt dann hier wunderbar die Feuchtigkeit auf. Ist ganz wichtig momentan. Momentan ist es ja so feucht bei uns. Und das geht ja überall rein, wenn man da etwas gelagert hat. Ganz schnell hat man mal Stockflecken auf seinen Sachen. Im schlimmsten Fall dann natürlich Schimmelbefall. Oh ja, Schimmelbefall. Und dort einfach, wenn Sie mal irgendwo festgestellt haben, es ist zu feucht bei Ihnen in der Wohnung, stellen Sie das auf. Ob das eben Gästezimmer, ob das Bad ist, ob das Wohnwagen ist. Da ist auch ein Riesenthema. Irgendwo nur ein bisschen undicht, dann schimmelt das vor sich hin. Und das jetzt dann ein ganzes Jahr, fast ein Jahr bis zur nächsten Saison. Also auch da natürlich bestens. Aber auch Abstellräume, Lagerräume, Schränke haben wir hier auch gelesen. Und hier aus Berlin schreibt uns Nils O. aus Berlin. Den ganz einfach hinstellen, dann macht es alles von allein besser. Geht es nicht, es funktioniert wirklich gut und einfach. Und so ein Luftentfeuchter, der kostet normalerweise, das sehen wir jetzt an der unverbindlichen Preisempfehlung, 16,90 Euro. Und dass wir sowas jetzt für 5 Euro haben, ist auch wieder mal nur bei uns in der 5 Euro Überraschung schon möglich. Der ist super süß, den kannst du überall hin platzieren, auch mal vielleicht in den Schrank, auf dem Dachboden zum Beispiel. Einfach hinstellen und schon wird da alles entfeuchtet. So eine wichtige Sache momentan. Sie möchten nicht, dass Sie da irgendwann mal irgendwo eine Tür aufmachen von dem Schrank zum Beispiel und da ist wirklich mal Feuchtigkeit reingekommen. Man hat da Stockflecken und muss da vielleicht auch Sachen wegschmeißen dann vielleicht. Das ist wirklich ganz schlimm. Und jetzt habe ich hier noch einen Satz, der ist auch ganz wichtig. Der Indikator zeigt, wann er aufgeladen werden muss, also wieder getrocknet. Und das ist dieses Sichtfenster auf der Seite, denke ich mal. Das zeigt mir an, aha, jetzt ist das Granulat vollgesogen, also ab in den Herd bzw. die Mikrowelle für 10 Minuten, haben wir gerade gehört, und dann ist er wieder trocken. Unser Luftentfeuchter in wirklich schicker Kugelform, den gibt es für 5 Euro mit der Bestellnummer NC 4767 und die 569. Und damit ist eben der Schimmel, die Schimmelgefahr dann absolut gebannt. Und auch dieser Modergeruch, den man oftmals hat, auch in Schränken oder in Kellern. Keller hatten wir vorhin gar nicht erwähnt. In Kellern ist das auch oft der Fall. Oder in Abstellräumen eben. Vielleicht der Wohnwagen, natürlich Boot. Vielleicht haben Sie sogar ein Boot, auch einen reinstellen. Nicht, dass Sie da mal reinkommen und dann auch denken, oh, was ist denn hier passiert. Deshalb, Sie dürfen ja bis zu 5 Mal zugreifen, deshalb nutzen Sie das aus bei diesem tollen Luftentfeuchter NC 4767569. Da spart man wieder richtig viel Geld. 17 Euro knapp kostet der normalerweise. Jetzt kriegen Sie den hier für 5. Also da können Sie ja quasi 3 zum Preis von einem bestellen. Das ist ja super bei uns hier heute in der 5 Euro Show. Und immer dran denken, alle Produkte kosten vor der Sendung eben viel, viel mehr. Und auch mit spätestens 2 Stunden nach der Sendung geht auch wieder der Normalpreis. Immer vorausgesetzt, dass überhaupt unser Kontingent für 2 Stunden hält. Oh, wir haben was ganz Tolles für Sie, liebe Zuschauer. Das ist eine Kerze, oder? Das ist eine Duftkerze, die wir für Sie haben, liebe Zuschauer. Aber das ist ja der Wahnsinn. Eine Designer-Duftkerze. Diese Designer-Duftkerzen, die sind normalerweise so teuer und so kommen die zu Ihnen nach Hause. Hunderte von kleinen Röschen aneinander. Das sieht man aber. Auch der Duft, der hat mich jetzt sofort überzeugt. Ich habe dran gerochen. Das ist ein Rosenduft. Du meinst, schließ die Augen, riech mal dran. Und guck mal, riech mal an der offenen. Du meinst, du stehst im Rosengarten bei dieser Kerze. Selbst wenn sie noch nicht brennt. Wie schön ist das erst, wenn sie mal angezündet ist. Ein riesen Rosenduft. Als ob man hier so ein richtiges Rosenbeet hat. Och, das ist ja ein Gemüse. Das ist ja ein Gemüse. Das ist ja der Wahnsinn, so sinnlich. Och Gott, das ist ja. Ah, als ob du so ein riesen Rosenbeet, so ein riesen Rosengarten um dich herum hast. Oh, oder als ob dir jemand so einen riesigen Strauß lauter rote Rosen geschenkt hat. Ah, das ist ja himmlisch. Ein Traum. Und wie schön die gearbeitet sind. Das sieht natürlich auch wirklich schick aus. Das ist die 10,5 cm hoch. 7 cm im Durchmesser sehen wir hier. Und solche Kerzen weiß ich in einem Fachgeschäft, so Designerkerzen. Da zahlst du dich dumm und dämlich. Ich finde auch unsere unverbindliche Preisempfehlung von 12,90 Euro schon sehr, sehr günstig für eine Kerze in dieser Art. Und jeder Kerzenliebhaber wird das jetzt bestätigen. Und solche Kerzen sind normalerweise sehr hochpreisig. Und dann auch noch nicht nur die Optik von vielen, vielen Rosen, sondern auch den Duft der Rosen. Also da bin ich mal gespannt. Die riecht ja so schon hervorragend. Das ist unglaublich angenehm, dieser Rosenduft. Und wie filigran, guck mal, wie filigran das modelliert ist. Wie viel Arbeit da drin steckt. Schauen Sie sich das mal an, wie wunderschön das ist. Also mit so viel Liebe zum Detail hier gearbeitet. So was kostet richtig viel Geld normalerweise. Wunderschön, ein Traum. Wenn man sich jetzt davon direkt mal drei oder vielleicht auch fünf Stück nach Hause holt, die schön dekoriert. Ach, ein Traum wie das. Duftet. Also das begeistert hier jeden. Also da sind alle gerade hier hellauf begeistert. So was Schönes hatten wir hier lange nicht in der Sendung. Deshalb da gleich zugreifen, dass Sie hier diese tolle Duftkerze dann auch nach Hause bekommen. Nicht, dass die anderen Kunden Ihnen jetzt hier die alle vor der Nase wegkaufen, liebe Zuschauer. Ja, gleich in die Leitung gehen, weil das ist so was Tolles, das will hier jeder haben. Ja, bei uns auch. Jetzt wollen jetzt alle diese tolle Duftkerze hier haben, weil die einfach so wunderschön ist. Immer daran denken, begrenztes Kontingent. Das ist auch immer wichtig, dass hier nicht unbegrenzt für fünf Euro diese wunderbaren Rosen wir verkaufen können, sondern wirklich nur begrenzt. Wer sie will, der sollte wirklich jetzt gleich anrufen. Unten steht aus Ahrensburg ein Kommentar. Kerze sieht toll aus, alles Rosen im Relief und duftet zum Anzünden fast zu schade. Aber irgendwann zündest du es mal an und dann hast du diesen Duft eben in Vollendung. Und für fünf Euro, da muss ich sagen, wenn die jetzt 20, 30 Euro kosten würde, würde ich sie auch nicht anzünden. Aber wir haben ja die Möglichkeit, fünf davon zu kaufen. Deshalb, hier kannst du ja direkt dann auch mal vier oder fünf bestellen. Kannst du die toll dann aufstellen. Das ist wunderschön und wenn du mal eine anzündest, vielleicht kannst du ja auch welche schön wirklich in so Deko-Elemente mit einbauen. Vielleicht auch ins Badezimmer. Da sieht das ja auch sehr dekorativ aus. Haben Sie vielleicht auch sowas im Badezimmer. Oder dann auch zum Verschenken. Schauen Sie mal, so kommt die ja auch zu Ihnen nach Hause. Die ist ja jetzt schon ganz geschmackvoll hier auch so eingepackt mit diesem kleinen roten Bändchen. Die kann man ja auch schön weiter verschenken. Vielleicht dann auch für eine gute Freundin. Da macht man vielleicht noch so ein kleines, so ein Badesalz oder sowas mit dazu. Und dann hier so eine schöne Duftkerze. Das ist so zur Entspannung zum Baden was Feines. Mit einer Duftkerze, ein Badesalz zum Beispiel. Ich denke, da fallen unsere Zuschauer ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Deshalb greifen Sie dazu. Also das ist traumhaft schön zum Verschenken, zum Selberbehalten. Sie dürfen ja jetzt bis zu fünfmal bestellen bei dieser tollen Designer-Duftkerze. Unser Rosengarten. Ach, ist die toll? Ja, die ist toll und die Bestellnummer, die sage ich Ihnen noch, damit Sie hier jetzt bis natürlich auch hier wieder maximal fünf Stück bestellen können. Mit der Bestellnummer NC 8437 und der 569. Wie gesagt, fünf Euro, solange der Vorrat reicht. Maximal fünf Stück pro Besteller sind hier möglich. Aber also allein jetzt, wir haben sie ja nicht angezündet. Allein der Duft des reinen Wachses ist ja schon phänomenal. Also ich muss sagen, ich würde gerne mal ausprobieren. Dann riecht es bestimmt richtig gut. Das riecht bestimmt so toll. Also da riecht bestimmt die ganze Wohnung. Das gibt bestimmt so einen ganz tollen Duft. Also jetzt auch mal für besondere Stunden was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und wir holen das nächste Protokolle von der Darmusen. Wir können das weiter vergessen. Hier geht es weiter. Diana freut sich. Die ist schon ganz aufgeregt. Wie so ein kleines Kind. Da muss was Tolles drin sein. Da ist was ganz, ganz Tolles drin. Jetzt aber ganz schnell hier, liebe Zuschauer. Jetzt aber ganz schnell in die Leitung. Denn das ist ein Knaller. Und ich sage Ihnen auch was. Wir haben einen Handspinner. Ne, nicht einen. Stimmt gar nicht. Sogenmal ein Zweierset. Wir haben zwei dieser Handspinner mit einem A, B, E, C, 7 Kugellager. Das heißt einem sehr, sehr hochwertigen Kugellager. Und ich darf mal anschauen. Und hier wirklich lange, lange Laufzeiten. Das eine ist in blau, das andere in schwarz. Und wiegt gerade mal 52 Gramm. Warte mal, ich gebe dem auch noch mal einen Schuss. Halt mal so. So, jetzt haben wir es. Und hier, also wirklich, das ist toll. Diese Spinner sind ja aber gerade bei den jungen Menschen sehr, sehr beliebt. Es soll sehr beruhigend sein. Und ich glaube auch mal eine gute Alternative zum Kugelschreiberknipsen. Kennst du diese Kugelschreiberknipser? Ja. Die, wenn sie überlegen, irgendwie immer am Kugelschreiber. Klick, 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 klick. Das geht einem dann irgendwann mal tierisch auf die Nerven. Hiermit, das ist schön laufleise, läuft auch sehr lang. Und da gibt es ja mittlerweile so viele Experten, die haben Kunststückchen drauf. Aber ich weiß, dass diese Spinner normalerweise viel hochpreisiger sind. Also zwei Stück, jetzt wirklich noch mal, zwei dieser Spinner für 5 Euro. Das heißt, das Stück würde 2,50 Euro kosten. Und hier mit diesem extra starken Kugellager, was dann auch für wirklich langen, langen Genuss oder wie auch immer man sagen will, sorgt. Oh, sogar beide übereinander kann ich spinnen lassen. Das ist ja klasse. Wow, cool. Zwei Stück für 5 Euro, liebe Zuschauer. Da muss man zugreifen. Das ist auch ein tolles Geschenk für Ihre Kinder, für Ihre Enkelkinder und zum selber ausprobieren. Also viele finden das richtig, richtig cool und spielen da gerne mal mit rum. Auch die, die schon ein bisschen älter sind, habe ich jetzt mittlerweile damit gesehen, die da mit anfangen und dann sagen, oh ja, mag ich gerne, mache ich zwischendurch einfach mal. Weil wie du sagst, hat einfach diese beruhigende Wirkung. Und dann versucht man immer, kleine Kunststücke zu machen. Man versucht das immer, ein bisschen dollart zu machen. Ich sehe gerade, da kannst du richtig wilde Sachen machen, dadurch, dass es jetzt zwei sind. Das hier, was ich jetzt mache, wäre mit einem Spinner nicht möglich. Sie sehen, der eine dreht in die eine Richtung, der andere in die andere. Achtung, so, so. Und jetzt, hi. Das ist auch mal schick. Aber okay, das ist einfach was, wo die Kids draufstehen. Und das ist jetzt eine tolle, tolle Geschenkidee. Und normalerweise zahlst du für einen mehr als 5 Euro. Ich habe die auch schon für 10 Euro gesehen. Die kosten richtig viel zum Teil. Und jetzt haben wir einen schwarzen und einen blauen. Im Zweierpack hier gemeinsam. Also nochmal, das ist kein Doppelter, das sind zwei einzelne. Die haben wir jetzt im gemeinsamen Pack für 5 Euro. Und das ist, glaube ich, wieder mal ein unschlagbares Angebot. Statt 19,80 Euro hier dieses Doppelpack für 5 Euro. Also da muss man jetzt einfach zuschlagen. Ist eine tolle Geschenkidee für die Enkel, für die Kinder. Und vor allem jetzt auch im Zweierpack, da habe ich gleich zwei Geschenke auf einmal. Oder ich beschenke einen natürlich mit zwei dieser Spinner. Das ist ganz allein Ihnen überlassen. PX 2308 und die 569. Unser zweier Set dieser tollen Spinner. Zugreifen, zugreifen, zugreifen. Ein klasse Produkt. Macht richtig viel Spaß. Probieren Sie auch mal Tricks aus. Aber da gibt es so tolle Sachen, die man machen kann. Guck mal hier, erst den einen auflegen, drehen. Und dann den anderen ganz langsam oben auflegen. Und dann hat er sich noch nicht gedreht, nämlich. Und dann wurde erst angestupst. Super, oder? Sieht richtig klasse aus. Die Bestellnummer, sage ich Ihnen nochmal, das ist die PX 2308 und die 569. Nochmal ganz, ganz wichtig. Hochwertiges Kugellager drin. Und das Ganze im Zweierpack. Einmal blau und einmal schwarz. Also nicht jeder dieser Spinner kostet 5 Euro, sondern beide gemeinsam. Und da kann man dann ein paar Tricks machen. Sich beruhigen damit. Einfach ein bisschen damit spielen. Einfach die Finger ein klein wenig beschäftigen. Ist übrigens auch gut für die Motorik, wenn man da so ein paar Tricks übt. Also ich denke, Sie werden wissen, wem Sie es schenken möchten. So, und wir schenken Ihnen gleich noch ein Produkt, das wir hier gebracht bekommen. Mal schauen, was jetzt noch auf uns war. Oh, es klappert. Ich bin mal vorsichtig. Ich habe es klappert gehört. Klappert, es klappert. Klappert, klappert. Ah, jetzt wird es romantisch. Das kann ich Ihnen versprechen. Wir fangen hier mit an. Oh mein Gott, liebe Zuschauer, das ist so toll. Sehen Sie, das ist ein kleines Stöfchen und zwar hier mit Herzform. Ist das süß. Du, das zieht sich auch durch. Guck mal, Herz. Dieser kleine Aufsatz auch hier in Herzform und dann hier diese kleinen Piekser auch hier in Herzform. Schauen Sie mal, ist das goldig. Ich finde es jetzt nur schade, dass wir es nicht vorführen können, was es ist. Aber Sie haben es vielleicht schon erkannt. Es ist Schokofondue. Da hätte ich jetzt gern Schokolade drin. Hier ein paar Bananenstückchen dran, reintunken in die Schokolade und dann, du, aber das ist ja so einfach. Mit einem Teelicht ein Fondue machen. Und jetzt eben, wir hatten es ja vorhin mal mit den Kerzen, natürlich auch mit dem Candlelight Dinner und das jetzt als Dessert vorbereiten. Mit einem Teelicht ein bisschen Schokolade rein. Und dann, was macht man, Apfelstückchen oder Banane? Banane kannst du nehmen, Trauben. Trauben sind super lecker. Also ich mag Banane richtig, richtig gerne. Banane finde ich sehr sexy, zusammen mit... Guck mal, guck mal. Oh, das ist natürlich schön, mit weißer Schokolade noch so ein bisschen verziert. Aber ich finde, Banane finde ich mit Schokolade richtig sexy. Das hat so ein bisschen Gaumenfick. Und dann dazu noch zum Beispiel Keksstücke geht auch. Und dann zum Beispiel auch richtig lecker Trauben mit rein. Und dann so richtig schön in die Schokolade einstippen. Oh, das schmeckt fantastisch. Ich liebe Schokofondue. Ich kann mich da reinsetzen. Das ist richtig lecker. Betrieben ganz einfach mit einem Teelicht, das haben wir gesehen. Hier steht jetzt ein tolles Geschenk für den Valentinstag. So lange wollen wir gar nicht warten bis zum Valentinstag. Nein, das kann man immer machen. Das holt man jetzt. Und dann macht man mit seiner Liebsten eben mal ein Käsefondue, ich habe fast schon gesagt. Schokofondue, das ist viel besser. Oder, oh, guck mal, hier, Gummibärchen. Da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und da stehen noch Gummibärchen. Marshmallows kann man auch nehmen. In Schokolade. Marshmallows kann man auch in Schokolade eintauchen. Auch die Enkel oder die Kinder werden sich freuen, wenn man ihnen, weißt du, man setzt ihnen so ein kleines Ziel. Pass mal auf, wenn ihr heute brav seid oder das Zimmer aufräumt, dann gibt es nachher Schokofondue. Das ist dann natürlich auch so ein Druckmittel, das man hat. Aber natürlich hier durch die Herzform und durch die Herzchen an den Spießchen ist es natürlich auch was Schönes für Zweisamkeit. Lecker, lecker, lecker. Greifen Sie dazu. Das ist vielleicht auch schön zum Verschenken. Deshalb gleich bestellen, für sich selber eins zum Verschenken. Super süß. Ich finde allein diese Stöfchen so goldig in dieser Herzform. Und dann auch noch diese Schale, die man da draufstellen kann, diese rote. Auch wieder in Herzform gemacht. Und dann diese Pieks auch mit diesen kleinen Herzchen. Also unglaublich goldig. Für sowas, also das ist unmöglich eigentlich für 5 Euro. Hier machen wir es möglich. Ich hätte gedacht, sowas normalerweise mindestens 20, 30 Euro mindestens. Wir sehen bei uns im Katalog schon sehr günstig mit 9,90 Euro. Aber jetzt nochmal halbiert. Also für alle Liebenden. Früher gab es mal so eine Erzbeeren-Schokolade. Hör mal auf. Oder so eine Himbeeren-Schokolade. Sie hört nicht mehr auf. Aber so ist es einfach. Einfach ein bisschen Block-Schokolade rein. Holen Sie sich eine Tafel, machen Sie die rein. Dann T-Licht runter. Können Sie das mal aufhören. Ich kriege Hunger. Und Sie rufen jetzt gleich an. Und dann eine Erdbeere in weiße Schokolade. Hör auf, hör auf, ist jetzt gut. Time out. Sie rufen gleich an. NC 2810 und die 569. Und dann kommt dieses wunderbare Schoko-Fondue in dieser wirklich tollen Herzform zu Ihnen. T-Licht unten drunter Schokolade oben rein. Und dann die Schokolade tunken, sagt man bei uns hier. Mit Trauben, Gummibärchen. Was hast du noch alles gesagt? Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen. Und begrenzte Möglichkeiten für eine vertraute Zweisamkeit. Obwohl man kann auch bis zu vier Personen. Wir haben ja vier dieser Herzspießchen auch noch dabei. Nochmal die Bestellnummer. NC 2810 und die 569. Und für die ganz Kreativen kann man da noch wirklich wunderschöne Muster reinmachen. Mit ein bisschen weißer Schokolade. Wahnsinn für fünf Euro. Das ist so lecker. Oh, da läuft eben schon das Wasser im Mund zusammen. Legen Sie los mit diesem tollen Schoko-Fondue hier. Alles mit dabei. Das Stöfchen, dann das kleine Schüsselchen und vier von diesen kleinen Pieksern. Und wir sind leider schon am Ende unserer fünf Euro Überraschung schon angekommen. Sie haben jetzt noch mal die Möglichkeit zu bestellen. Deshalb gleich in die Leitung gehen.